Ich wünsche der deutschen Gemeinde in Kiew und allen, die mit uns Weihnachten feiern heute, ein frohes Fest und ein glückliches und gesundes neues Jahr. Von der Kirche St. Katharina in Kiew grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest überall auf der Welt. Mögen Sie dieses Fest in Frieden begehen können. Dankeschön. Musik Rösteid, Wunderherr Rösteid, Wunderherr Rösteid – это очень светлый праздник. Это победа добра над злом, мира, процветания всей семьи, всему миру и нашей Украине. Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal.